Und da sind wir wieder. Kampfkraft steigt, Moral steigt, Anzahl der Soldaten steigt. Und so langsam bin ich bereit, meinem Gegner mal so gehörig in den Arsch zu treten, wie es nur möglich ist. Und damit herzlich willkommen zu Siedler 1, Surflings Remake Mod, Mission 8, Versuch 2. Es geht mir so auf den Senkel, dass ich einen zweiten Versuch brachte, aber der läuft dafür sehr quickelig. Ah, kann man mal gucken. Ich glaube aber, es hakt. Wendet man dreist? Aber ja, ich schlage hier gleich zurück. Gleich ist es soweit. Viel ist ja nicht mehr zu tun. Moment. Der hat mir hier gerade eine Eisenmine weggerotzt. Okay, also ich lasse ja viel über. Erstmal. Ah. Okay, 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 okay. Ho, ho, ho. Ich habe doch gewusst, ich habe von irgendwo Kampfgeräusche gehört. Ich meine, meine große Kampfmoral hilft mir da, aber... Was mir natürlich auch hilft, ist, wenn ich sage, hier machen wir erstmal das. Dann gehen wir hier raus, gehen hier rein und sagen, das ist schon okay, das ist okay, das ist gut. Ich lasse noch mal das Mittel. Ich lasse noch mal das Minimum zurück. Ich lasse noch mal das Minimum zurück. Oh, was er jetzt hier kaputt macht, der Vogel. Ich lasse noch mal das mal zu, ich lasse noch mal zu schauen. Ja. Die grüne Kampfen auch害ze. Und die mich nicht so interessiert. Ah, die Oberkampfkraft zeichnet sich gerade gut aus. Ich koste den Ding einfach nur Soldaten. Er kriegt gleich 890. Also das weiß ich mir nicht lange gefallen. 890 bin ich jetzt. Ja, musst du schon sehen was du davon hast, mich anzugreifen. Ich werde dir alle deine Soldaten platt machen. Ha, wieder einer weg. Wieder einer weg. Sehr gut. So, wir rufen auf Pause. Erstens müssen wir gucken. Ja, hier hat er angegriffen. Ja, das kann er ja machen, hat er alles verloren. So, und jetzt müssen wir nämlich mal gucken auf die Einlagerungsreihenfolge. Nee, nee. Also die Einlagerungsreihenfolge. Ist das merkwürdig? Das kenne ich halt leider nicht aus dem zweiten Teil. der ist wegen, das war ja quasi der Teil, der mich hier zur Serie gebracht hat. So, machen wir es mal so. Dann gucken wir mal was passiert. Dann besetzen wir die erstmal voll und dann auf die Müsse. Also das geht mir. Wie gesagt, das hier offenbar. Das ist mir in die Müsse. Das ist eingelagert werden und wo die Lagerhäuser im Ende sind. Also das könnte ich leider nicht aus dem 1,2,2. Das ist nicht so. Dann entsprechen wir mal zu, wie gesagt wird. Dann be catches mich einfach zu, wie gesagt wird. Dann ist das ein, was alles sonst noch mal da. Dann sind wir der Eingang. Dann gehen wir mal her, dass wir messen. Dann geht es gar nicht noch mal. Wir haben keine Ahnung. Fünf und fünf und drei. Und... Und das... Sagen wir ganz eindeutig 50. Nur auf dem Liefen. So, jetzt machen wir das und das. Dann möchte ich, dass sich das hier nochmal verbindet. Okay. Dann sagen wir mal hier. 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 Fünf. Hier. Fünf. So, wir gehen jetzt also quasi... ... und gehen jetzt wieder. Ja, das funktioniert. Wir sehen bisher... ... perfekt. He... Ah. Mac. 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 Ok. 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 Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, haben wir auch angeschlossen. Angriff. Super. Ich schließe mir auch gleich an. Super. Das passt doch. So. Okay, da fahren wir jetzt gerade keine Soldaten an. Eben nicht. Super. Das ist aber auch Militär. Haben wir noch nicht ganz. Nein. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Also hier haben wir noch so eine komische rote. So, ich sag mal so, wir sollten mal nach hier gehen. Nee. Wir sollten mal nach hier gehen. Das sollte auch schwach besetzt. Das muss auch reichen. Meine Beute ist groß. Und gnadenlos. So. Er sollte hier noch und dann hier. Ja, mein Gegenüber ist jetzt hier gerade. richtig. Also, ich würde behaupten, das ist bald gegessen. Das können wir uns fast sparen. Aber hey, ob ich es wirklich schnell schaffe oder ob es noch ein bisschen dauert, das seht ihr dann halt im nächsten Video. Ich sag mal, Taktik hat funktioniert. Das heißt, durchaus mal warten, wo der Gegner sich hin platziert, sich ein bisschen vereinzeln und dann ja, ein bisschen Glück haben. Ich hatte auch relativ früh Gold und ich glaube, ich bin immer noch besser als die Feinde hier im ich sag mal Gold verarbeiten. Insofern habe ich da echt Glück gehabt. So seht ihr noch mal die ganzen Siege. Vollkommen skurril. Ja, und jetzt werden wir einfach den Grenzen entlang mit der verringerten Zahl an Soldaten, die zurückbleiben müssen. Einfach die Gebäude kaputt machen und hier, wenn ich es nicht vergesse, sieht so enklavenmäßig aus. So. Ja, und dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gesiedelt habt. Ein weiteres Video findet ihr oben links. Meinen Kanal abonniert ihr oben rechts. Neueste Trailer und Soundtracks findet ihr auf dem Kanal von Trailerkommando mit dem Link dazu unten rechts und unten links findet ihr meine Shorts Playlist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß beim Selbersiedeln wünscht euch euer Aha.